Ach, komm schon, ihr seid so alles Faschisten. Ihr seid scheiß Faschisten, Mann! Ah, da ist einer übelst am Relaxen. Hey, das ist ja der No-Hair Johnson. Ah, der hat ein bisschen... Alter, was ist jetzt los? Der hat ein bisschen einen blutigen Schiss gehabt. Hast du einen blutigen Schiss gehabt, No-Hair Johnson? Das ist echt hart, aber... Dann sollst du vielleicht mal einen Lock in den Stuhl reinmachen, dann geht es besser runter. Alter, wo muss ich hin? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das einfach aufzumachen. Oh je, ich werde es geräumt. Wollen wir sie jetzt da lang gehen? Ein Bettgestell am Boden. Mit einem hausen großen Alkohol. Da jemand eine hübsche Party feiert und hat nie frühst eingeladen. Was für eine Unverschließheit. Ich werde auch Pepsi mit Cola mitbringen können. Was zum Teufel, Alter? Nein, halt die andere Tür. Also ist das ein Mann, Alter. Ah, 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 ah. Wo muss ich denn hin? Ah, 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 ah. Ich bin da noch not raus. Ich bin da noch not raus. Ich will da weiter gehen. Okay. Was ist das? Der Holt? Der Holt? Das ist das Erdbeeren! Das ist das Erdbeeren! Das ist der Erdbeeren! Das ist das Erdbeeren! Das ist das Erdbeeren! Ich habe schon gesehen! Sie hat einen Hestigen Finger! Oh, das ist dann der Hestigen Finger! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Ah! Alter! Kann mich nicht bewegen! Meine Maus ist wieder aus! Nein! Es ist immer wenig zu fern lassen zu töten! Alles hundertprozentig genauer! Alles hundertprozentig genauer! Nein! Spring halt! Alter nein! Das ist schon wieder! Kann das natürlich nicht! Ich kann es ja bewegen! Ich kann mich nicht verstecken! Verdammt! Ach komm schon! Ihr seid so alles Faschisten! Ihr seid scheiß Faschisten, Mann! Spring halt drüber! Alter! Spring halt drüber, Mann! komm! BOP! disk Promise! Nein! Grundstein!